Wir ist ein Netzwerk von Schweizer KMU. KMU, die sich gegenseitig bevorzugt bei der Auftragsvergabe berücksichtigen. Sie tun das, indem sie die Komplementärwährung WIR einsetzen und so sicherstellen, dass die Aufträge nur in ihrem Netzwerk vergeben werden. Die WIR-Bank steht im Zentrum dieses Netzwerks, koordiniert das ganze Netzwerk und ist für die KMUs auch Hausbank für Schweizer Franken-Kredite, für Schweizer Franken-Zahlungsverkehr, für Sparprodukte. Der Kundenservice ist sehr entscheidend. Wir möchten unsere Kunden begeistern. Es wird immer wichtiger, dass wir auch auf anderen Kanälen präsent sind, dass wir in Social Media aktiv sind, genau gleich wie auf allen anderen digitalen Kanälen. Die Melo unterstützt uns dabei, diese Social Media Kontakte strukturiert bearbeiten zu können. Ein Workflow-Tool darin unterstützt uns, sicherzustellen, dass die richtigen Fragen vom richtigen Mitarbeiter beantwortet werden. So zum Beispiel in der Schweiz die Verschiedensprachigkeit wird darin abgedeckt, dass nur deutschsprachige Mitarbeiter deutschsprachige Anfragen erhalten. Weitere Vorteile sind zum Beispiel, dass ich eine Freigabe machen kann eines Textes, dass ein Supervisor einen Text zuerst lesen kann, bevor er wirklich publiziert wird. Ich habe Statistikmöglichkeiten, ich habe eine Möglichkeit auch zu überwachen, was wird über die WIR-Bank kommuniziert in Social Media. Da unterstützt mich die Melo digital sehr stark. Für uns war ein wichtiges Ziel, dass wir in die Welt der Social Media eintauchen können, dass wir die Anfragen, die über Social Media kommen, auf mehrere Schultern verteilen können. Und das ist uns nicht zuletzt dank die Melo digital gelungen. Wir planen künftig noch viel stärker in den Social Media aktiv zu werden. Wir glauben, dass Social Media ein Kanal wird für den direkten Kundenkontakt, immer stärker für Kundenanfragen. Das nicht zuletzt, weil ja eben gerade die klassischen Kanäle wie Bankfilialen etc. immer unwichtiger werden. Die Kunden werden sich viel mehr in den digitalen Raum bewegen und da möchten wir präsent sein für den Kunden und den entsprechenden Service bieten. Die Melo hilft uns vor allem, dass wir gewisse Prozesse automatisieren können. Bevor wir die Melo hatten, hatten wir eigentlich alle Social Media Plattformen, mussten wir einzeln bearbeiten. Jetzt seit wir die Melo nutzen, haben wir eigentlich ein Tool und mit diesem Tool können wir alle Social Media Aktivitäten einerseits überwachen, sofort kommentieren und dann die entsprechende Person weiterleiten, was für uns wichtig ist. Ob es ins Marketing geht, an den Presseverantwortlichen oder ins Beratungszentrum. Der Vorteil von die Melo ist für uns, dass wir unsere Aktionszeiten extrem gesteigert haben. Das heisst, wenn eine Anfrage reinkommt, können wir die automatisch über verschiedene Ortsstrukturen an die entsprechende Abteilung weiterleiten. Über ein E-Mail-Alert werden wir dann sofort informiert. Das heisst, es gibt uns die Möglichkeit, wirklich dann zu reagieren, wenn es eine schnelle Bearbeitung braucht. Das ist für uns einerseits Überwachung, wie auch Bearbeitung, die einfach sehr unkompliziert funktioniert. Ich habe Piratungszentrum. Untertitelung des ZDF, 2020